Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit unserer Tutorial-Reihe und zwar mit dem zweiten Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem perfekten Start und zwar gezielt am ersten Tag eines neuen Spielstands. Nachdem wir uns unseren Verein ausgesucht haben, gibt es hier einmal eine kurze Pressemeldung, wo wir vorgestellt werden. Wenn wir dann hier auf Weiter klicken, gibt es nochmal ein paar Informationen zu dem Verein, den wir uns nämlich eben hier rausgesucht haben. Und dann gibt es noch kurz einmal einen kleinen Überblick über den Kader, den schauen wir uns aber später nochmal ganz genau an. Und hier haben wir dann noch kurz die Ziele, die der Verein eben mit uns hat. Wir sehen zum Beispiel hier, dass wir junge Spieler verpflichten sollen, unter 23 Jahre unterhaltsam Fußball spielen sollen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen für die Taktik, die man eben später macht. Und man sieht auch hier, wie wichtig dem Verein eben ist, dass wir die einzelnen Ziele hier erreichen. Und hier ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass wir eben diesen unterhaltsamen Fußball spielen. Pflicht ist fast immer eigentlich Gehaltsbudgeteinheiten, aber das ist auch logisch, dass wir da den Verein nicht in den Ruin treiben. Und was auch Pflicht ist, ist, dass wir die Champions League nochmal erreichen. Dann sehen wir auch ein paar langfristige Ziele eben für die nächsten Jahre, wo es halt mit dem Verein hingehen soll. Als nächsten Steps sehen wir dann hier die verschiedenen Einführungen, wann die terminisiert sind. Wenn ihr eben Einsteiger seid, das erste Mal in FM spielt, könnt ihr euch auch diese Einführungen alle einmal angucken. Wenn ihr natürlich hier schon Spielstände gespielt habt, dann ignoriert ihr das Ganze. Das könnt ihr auch einfach wegdrücken später. Und als letztes können wir dann hier noch drei Punkte anklicken und zwar einmal, ob wir uns in der Pressekonferenz vorstellen sollen. Da muss ich sagen, das kann man immer selber entscheiden. Ich habe nie Lust drauf und deswegen klicke ich auch auf Nein, auch wenn das am Anfang natürlich nicht so positiv ankommt. Aber am Ende entscheidet, wie gut ihr eben trainiert. Von daher, wenn ihr jetzt keinen Verein habt, denen das ganz wichtig ist, dass ihr eben hier in der Presse euch gut präsentiert, dann könnt ihr da auf jeden Fall auf Nein klicken. Testspiel gegen die eigene Jugendmannschaft oder gegen die zweite Mannschaft klicke ich auch immer auf Nein. Wir haben sowieso Testspiele. Von daher möchte ich da jetzt kein Testspiel gegen die eigene Jugend direkt am ersten Tag haben, weil das glaube ich auch am ersten oder zweiten Tag haben. Ich will mir den Kader erstmal so anschauen. Das könnt ihr aber, wie gesagt, auch machen, wie ihr das wollt. Was ich aber auf jeden Fall brauche, ist eben ein Bericht vom Mitarbeiterstab über die Mannschaft. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da sehen, was sagen unsere Mitarbeiter zur Mannschaft. Danach speichern wir das Ganze. Hier muss ich jetzt ganz kurz, ja, so machen, weil wir haben ja schon Spielstaben im SSC in der Apel, dass wir den nicht überschreiben. Wir bekommen am ersten Tag dann erstmal hier ein paar E-Mails rein. Die kann man sich alle einmal durchklicken. Einmal kriegen wir einen Einführungsbericht zum Kader. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich mache das da aber am ersten Tag meistens noch nicht, weil ich auch teilweise noch Spieler verpflichte, die vor allem hier in Standardsituationen vielleicht dann besser sind, als die, die ich jetzt aktuell einstellen würde. Von daher ist das was, was ich erstmal überspringe. Wir sehen dann hier die Meldung, dass wir uns eben der Presse verweigern. Ja, das ist halt eben so. Transfers sehen wir hier, eben die Transfers, die hier im Sommer bis jetzt waren. Da können natürlich noch welche dazukommen. Und dann haben wir hier einmal auch die Regeln zur Kaderauswahl. Das sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen, einmal angucken. Je nachdem, in welcher Liga man ist, gibt es halt auch verschiedene Kaderregeln. Und das Ganze ist hier im FM auch eins zu eins, wie es in der Realität ist. Von daher kann man nicht einfach irgendwelche Spiele einkaufen. Zum Beispiel gibt es in der Serie A eine Regel, das mag, glaube ich, maximal, hier unten steht sogar, Transferlimit, Nicht-EU-Spieler. Und ich glaube, da dürfen, wir lesen es jetzt nicht ganz durch, aber ich glaube, wir dürfen maximal zwei Nicht-EU-Spieler pro Saison verpflichten. Und solche Regeln sollte man im Kopf haben, wenn du da einen Spieler dann zu viel verpflichtet hast und einen Spieler verpflichtet, den du in der ersten Saison halt nicht spielen lassen darfst. Und dann hast du natürlich ein Problem erstens mit dem Spieler, der sich dann später ärgert. Und natürlich der Vorstand wird sich ärgern. Und auch du wirst dich ärgern, wenn du da einen teuren Spieler kaufst und du kannst ihn halt nicht spielen lassen. Verletzungsbericht, okay, da haben wir natürlich jetzt noch keine Verletzungen. Saisonvorbereitung, da sehen wir jetzt auch schon mal die Testspiele, die wir bis jetzt haben. Da können wir auch sagen, okay, wir wollen jetzt hier nicht unbedingt gegen Liverpool spielen und dann können wir das Testspiel nochmal absagen und auch ein neues Testspiel arrangieren. Aber ich lasse die Testspiele meistens so, wie sie sind und lasse sie auch, ja, die Co-Trainer oder ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, wahrscheinlich Sportdirektor oder so. Auf jeden Fall lasse ich da die Testspiele immer vom Trainerstab machen, von den Mitarbeitern machen. Kann man aber theoretisch auch komplett selber machen. Dann haben wir hier nochmal das Meeting. Hier können wir jetzt theoretisch die Sachen, die wir eben gesehen haben, auch nochmal so ein bisschen aushandeln. Dass wir sagen, zum Beispiel, wir wollen aber jetzt nicht unbedingt unterhaltsam Fußball spielen, sondern vielleicht eher stabil defensiv stehen. Dann kann man da auch nochmal mit dem Vorstand versuchen, das Ganze irgendwie auszuhandeln. Aber insgesamt ist da eigentlich immer wenig möglich und ich muss sagen, ich mache meistens immer das hier. Bestätige das Ganze einfach, weil ich auch einfach optimistisch genug bin, dass wir die Ziele, die der Vorstand hat, auch erreichen. Und dementsprechend lassen wir das Ganze immer so. Aber hier sehen wir dann nochmal, dass wir hier zum Beispiel auch ein bisschen ambitionierter sein können. Zum Beispiel, dass wir sagen, die UEFA League oder die Euro League, die gewinnen wir jetzt. Aber das mache ich auch eher selten, die Ziele nach oben schrauben. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber da kann man sich schnell die Finger verbrennen. Denn desto höher du die Ziele hier stellst, desto mehr Transferbudget hast du auch für die Saison. Aber wenn du die Ziele dann am Ende nicht erreicht hast, dann hast du natürlich dementsprechend auch Probleme. Und von daher sage ich da immer oder akzeptiere ich immer das, was der Vorstand auch will. Und wir lassen das Ganze dann so. Hier können wir jetzt noch Verträge verlängern. Wir sehen jetzt hier die Verträge, die eben ablaufen. Da lasse ich das Ganze immer am ersten Tag noch so. Denn wir haben jetzt erstmal ein halbes Jahr Zeit. Erst ein halbes Jahr, bevor die Verträge ablaufen, kann ein Verein den Spieler abwerben. Und den Spieler dann eben kostenlos für die nächste Saison verpflichten. Damit das Ganze nicht passiert, sind wir dann eben kurz vor Transferfensteröffnung in der Winterpause da. Und verlängern die Verträge. Wenn wir die Verträge jetzt schon verlängern würden, würden wir hier eben schon für die meisten Spieler mehr Gehalt bezahlen. Und das für ein halbes Jahr länger, wie wenn wir das Ganze im Winter machen. Von daher sparen wir uns natürlich auch mehr Geld, wenn wir das Ganze eben dann im Winter machen. Gibt es hier ein paar Top-Spieler teilweise. Also manchmal gibt es dann natürlich auch einen Superstar im Verein, wo der Vertrag ausläuft. Da sage ich auch ganz oft, dass ich den Vertrag dann doch direkt verlängere. Denn so ein Spieler kann natürlich dann auch irgendwann sagen, okay, der will selber vielleicht den Vertrag nicht mehr verlängern. Und da eben so einen Spieler auf jeden Fall halten zu können und den Spieler nicht ablöse gehen lassen zu müssen. Weil das ist natürlich auch finanziell sehr, sehr ärgerlich. Versuche ich dann da schon den Vertrag so schnell wie möglich zu verlängern. Das Erste, was wir uns dann selbstständig danach anschauen, ist einmal hier die Mannschaft. Wir gucken uns den Kader an, schauen, was haben wir für Spielermateriale, welche Positionen sind wie besetzt. Und machen so eine kleine Kaderanalyse, um einmal herauszufinden, erstens wo müssen wir vielleicht noch Spieler verpflichten. Und was natürlich noch wichtiger ist, welche Taktik passt zur Mannschaft. Dafür schauen wir uns auch dann später die Mannschaft im Vergleich von den Stärken und Schwächen im Vergleich zu den anderen Mannschaften der Liga an. Um dann herauszufinden, okay, was sind jetzt die Fähigkeiten dieser Mannschaft, wo ist die Mannschaft wirklich gut drin. Und wie sollen wir dann am Ende spielen, um diese Stärken zu nutzen. Und was können wir eben machen, um die Schwächen, die wir haben, um da eben entgegenzuarbeiten. Vielleicht verpflichten wir auch dann eben da, wenn wir sehen, okay, wir haben jetzt gar keine Kopfballstarken Spieler. Vielleicht verpflichten wir dann noch eben einen Kopfballstarken Spieler auf einer bestimmten Position, wo wir ihn eben brauchen. Und dann können wir so eben durch diese Stärken und Schwächen, die wir am Ende analysiert haben, auch den Kader verbessern und optimal einstellen. Wir sehen jetzt einmal hier die ganzen Spieler aufgelistet. Und dann sehen wir jetzt aktuell, sind wir hier auf der Vertragssituation. Die können wir uns auf jeden Fall auch mal kurz anschauen. Und dafür gehen wir hier einmal auf Ended oben hin, damit wir einmal sehen, welche Verträge als erstes auslaufen, um schon mal zu wissen, okay, mit welchen Spielern müssen wir vielleicht noch die Verträge verlängern? Welche Spieler müssen wir vielleicht bald verkaufen, weil vielleicht der Spieler den Vertrag gar nicht verlängern will? Das sind auf jeden Fall Sachen, die man hier in der Vertragskonstellation sich mal anschauen kann. Man kann auch gucken, okay, welcher Spieler frisst wie viel Gehalt? Das ist auch oft ganz wichtig. Man hat manchmal hier Spieler dabei, die zwar gar keine Rolle mehr im Kader spielen, aber weil es eben alte, gestandene Spieler sind, die mal einen Wert für die Mannschaft hatten, kassieren die hier noch richtig viel Gehalt. Und da kann man natürlich dann schauen, dass man die Spieler so schnell wie möglich los wird, um eben dieses Gehalt einzusparen. Und wenn ihr hier einen richtig wertvollen Spieler habt, den ihr aber auch vielleicht am Ende nicht mit einbauen könnt, könnt ihr da am Ende auch vielleicht schauen, ob ihr vielleicht aus dem dann auch Geld macht. Der nächste Punkt, der wichtig ist, sind einmal die Berichte. Da seht ihr nämlich dann auch, wie stark welcher Spieler ist, zumindest mal eine Sternebewertung. Am Ende ist es wichtig, wie die individuellen Stärken sind und nicht, was die Gesamtstärke hier von den Sternebewertungen sagen. Das ist auf jeden Fall wichtig, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken, denn es gibt teilweise Spieler, die haben hier nur zweieinhalb Sterne, sind aber vielleicht dann doch der wichtigste Spieler im Kader, weil sie eben in den einzelnen Faktoren, die ihr eben für eine bestimmte Position braucht, hier sehr, sehr gute Werte haben. Und dann ist so ein Spieler manchmal wertvoller, wie ein Spieler, der dreieinhalb oder vier Sterne hat. Und insgesamt, was auch wichtig ist, diese vier Sterne oder die Sternebewertung, die ihr hier habt, ist immer die Sternebewertung im Vergleich oder im Verhältnis zur Mannschaft. Heißt, wenn ihr jetzt einen Top-Spieler verpflichtet, kann es sein, dass ein Lorenzo Insigne nur dreieinhalb Sterne hat, weil ihr eben dann den Kader verstärkt habt. Der Kader jetzt insgesamt stärker ist und das heißt dann nicht, dass der Insigne schlechter ist, sondern dass der Kader insgesamt stärker geworden ist. Das müsst ihr euch auf jeden Fall merken, das ist etwas, was dann viele falsch verstehen, dass einfach diese Sternebewertung nicht heißt, das ist ein Vier-Sterne-Spieler und das ist dementsprechend auch weltweit ein Vier-Sterne-Spieler, also auch im Vergleich zu den anderen Spielern, die es in den anderen Vereinen gibt. Nein, das ist immer nur im Verhältnis zur eigenen Mannschaft. Ihr seht jetzt hier auch schon mal die Idealposition von den verschiedenen Spielern, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch dann schon mal anschauen, könnt so ein bisschen dann schon mal herausfinden, okay, welche Positionen sind wie gut besetzt. Wir sehen zum Beispiel, wir haben viele inverse Flügel-Spieler, was natürlich dann auch darauf hindeutet, dass wir am besten mit einem inversen Flügel-Spieler spielen. Natürlich kann man dann auch, wenn man hier auf den Spieler einzeln drauf geht und mal guckt, okay, könnte der dann auch Flügel-Spieler auf der, oder normaler Flügel-Spieler sein auf der anderen Seite zum Beispiel, dann gehen wir hier einfach auf die Positionen hervorheben, auf Flügel-Spieler unterstützen oder angreifen, je nachdem wie ihr es haben wollt und dann seht ihr hier auch nochmal die Punkte, die ihr besonders braucht für diese Position und die grünen Punkte sind die Punkte, die Hauptpunkte, die hauptsächlich wichtig sind und dann gibt es Nebenpunkte, die eben hier blau sind und dann sehen wir zum Beispiel, dass ja der Insigne theoretisch auch den Flügel-Spieler auf der anderen Seite spielen könnte, aber natürlich trotzdem ein besserer inverser Flügel-Spieler ist. Das ist auf jeden Fall Fakt. Insgesamt ist es aber wichtig, um eben am Ende zu schauen, welche Möglichkeiten hat man im Kader und wie kann man den Kader am Ende aufbauen. Wenn ihr für die Kaderplanung hier mehr Sachen im Überblick haben wollt, könnt ihr euch auch hier einen Reiter runterladen, den ich über Steam runtergeladen habe und zwar ist das der, oder die Kaderplanung von FM2er-Kette und das ist hier eine schöne Anzeige, wo ihr ganz viele Punkte im Überblick habt. Ich werde mal gucken, ob ich euch das Ganze verlinken kann in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall habt ihr hier dann viele wichtige Sachen, die ihr dann eben auf einer Seite direkt sehen könnt. Ihr habt zum Beispiel auch hier die Hierarchie vom Kader dabei, dann wisst ihr zum Beispiel schon mal, dass der Marco Itt hier ein einflussreicher Spieler ist und ihr könnt schon mal sehen, welche Spieler sind die Führungsspieler mit Koulibaly, Mertens, Insigne, was auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ist, um am Ende auch Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, wenn ein Spieler, oder dass ihr zumindest mal wisst, okay, das sind Spieler, die muss ich auf jeden Fall gucken, irgendwie einzubauen. Diese Spieler kann ich jetzt nicht einfach verkaufen. Und was dann auch noch hier mit dabei ist, ist einmal die Persönlichkeit, die auch sehr, sehr wichtig ist. Ihr seht dann hier schon mal ein paar wichtige Stats, wie Zielstrebigkeit. Auf jeden Fall habt ihr einen schönen Überblick und das könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut nutzen für die Kaderplanung. Da kann man einen sehr, sehr schönen Überblick sich schaffen und auf jeden Fall hilft das Ganze ein enormes Stück weiter, den Kader perfekt aufzubauen. Über die Punkte Teambericht und Kadertiefe habt ihr hier erstmal einen schönen Überblick auch von euren Spielern für die verschiedenen Positionen. Wenn ihr jede Position einmal sehen wollt, welche Spieler ihr eben da zur Verfügung habt, könnt ihr hier auf alle Positionen gehen und dann habt ihr hier einmal einen Überblick wirklich mit jeder Position, die es eben gibt und seht dann eben, wie gut sind die verschiedenen Positionen besetzt. Zum Beispiel sehen wir dann hier im Zentralen Mittelfeld haben wir mit Zelinski, Fabian, Lobotka, Diego Demmel, Elmas und hier sogar noch drei weiteren Spielern und zwar Armin Younes, der aber momentan nicht im Verein ist, Anguiza und dann noch einer von der Jugend. Habt ihr auf jeden Fall einige Spieler, zum Beispiel auf der Zentralen Mittelfeldspielerposition. Dafür haben wir dann hier aber auf den Außenverteidigerposition vielleicht ein bisschen weniger Spieler. Das hilft auf jeden Fall enorm weiter, um herauszufinden, mit welcher Formation man am besten spielt. Zum Beispiel sieht man auch, dass wir hier nicht viele Top-Innenverteidiger haben. Wir haben Koulibaly, Manolas, das sind super Spieler, danach wird es aber schon eng. Dementsprechend können wir hier auch eigentlich nur mit einer Viererkette spielen und es macht keinen Sinn, jetzt hier eine Dreierkette spielen zu lassen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Feld, um einfach die taktische Aufstellung herauszufinden oder zu schauen, welche taktischen Aufstellungen sind am besten möglich. Nachdem wir uns schon mal angeschaut haben, mit welcher Formation wir womöglich eben in den FM starten könnten mit der Mannschaft, schauen wir uns jetzt einen Teambericht oder den Teambericht des Co-Trainers an und da sehen wir die Stärken und Schwächen des Kaders und das hilft uns enorm weiter, um herauszufinden, welche Taktik wir am Ende bei der Mannschaft auch nutzen. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier, Antritt der Mannschaft, wer sehr, sehr stark antritt, ist eine Stärke der Mannschaft, steht hier. Also wir sehen, wir haben eine sehr, sehr schnelle Mannschaft. Das könnte zum Beispiel dann schon mal darauf hindeuten, dass wir zum Beispiel ein Konterspiel versuchen zu nutzen. Aber insgesamt muss man sich natürlich hier alle Felder angucken und dann eben so ein bisschen überlegen, okay, was ist da eben eine mögliche Taktik? Wir sehen auch hier die Schwächen. Da ist zum Beispiel hier jetzt, was ich eben gesagt habe, das ist jetzt Zufall, Kopfballtechnik. Wir brauchen hier vielleicht noch einen Kopfballstarken Spieler. Könnte man dann auch eben schauen, dass man einen Kopfballstarken Spieler verpflichtet. Und das weist natürlich auch für die eigene Taktik darauf hin, dass wir jetzt nicht unbedingt lange Hafer spielen, also nicht mit langen, hohen Bällen spielen, sondern dass wir probieren, den Ball flach zu halten und auch vor allem vor einem Sturm, wenn wir da jetzt keinen ganz großen Stürmer drin hätten, dass wir generell dann auch die Flanken flach halten. Also das sind auf jeden Fall alles Sachen, die man sich hier anschaut. Am besten, und so mache ich das immer, ich schaue mir hier die Stärken und Schwächen an und schreibe die auf dem Papier drauf, die mir auf jeden Fall wichtig sind und schreibe dann alle Stärken und Schwächen auf, denn wir gehen jetzt gleich noch in den Vergleich zur Liga. und schauen uns an, welche Stärken haben wir denn ansonsten im Vergleich zur Liga und welche Schwächen haben wir da eben und was können wir dann eben für unsere Taktik nutzen. Und hier haben wir schon den Reiter und zwar ist das der Analysebericht im Vergleich und dann sehen wir hier eben den Vergleich zur Serie A und da haben wir dann eben hier oben die Möglichkeit, wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen jetzt nur sehen, wie die Toyota in den allgemeinen Werten aussehen, was jetzt insgesamt vielleicht wenig Sinn macht, können wir hier nur den Toyota anklicken und dann sehen wir zum Beispiel, okay, wir haben jetzt hier sehr erfahrene Toyota, was Länderspiele angeht, aber bei der allgemeinen Information ist es immer gut, hier einfach alle Spieler drin zu lassen. Die sind aber auch gar nicht so wichtig hier, die allgemeinen Informationen. Wichtig wird es dann hier eben bei den anderen Reitern. Wir sehen zum Beispiel jetzt hier für alle Positionen wichtige Reiter und dann sehen wir zum Beispiel, dass wir hier, was Kraft angeht, ein bisschen unterdurchschnittlich sind, dafür aber hier beim Passspiel überdurchschnittlich sind und da können wir uns eben die Sachen, die uns besonders auffallen, dann immer wieder aufschreiben. Wenn wir jetzt hier auf Toyota gehen, dann ist natürlich klar, dann müssen wir hier die Mittelfeldspielerverteidigerstürmer rausholen, um dann eben noch die Toyota zu haben und dann sehen wir hier, wir haben einen sehr beweglichen Toyota, haben dafür aber einen Toyota, der eben nicht so gut hier bei hohen Bällen ist, und das sind dann Punkte, die ihr am Ende, die ihr euch merken könnt. Am wichtigsten sind natürlich hier die Sachen bei den Feldspielern, um am Ende eine Taktik aufzubauen und hier haben wir dann direkt bei der Verteidigung, beziehungsweise haben wir jetzt hier alle Spieler drin, aber wir sehen direkt hier schon mal, dass wir eben die antrittsstärkste Mannschaft der Liga haben und das ist auf jeden Fall schon mal was, was uns auf jeden Fall enorm weiterhilft und diesen Punkt würde ich dann hier eben auch schreiben. Wenn wir hier bei Verteidigung sind, ist es natürlich dann wieder optimal, ich gucke mir immer einmal alle Spieler an, weil natürlich alle Spieler auch verteidigen müssen, wir sehen nämlich dann hier auch was Wichtiges, zum Beispiel Sprunghöhe, haben wir eben gesehen schon bei der Teamberichtanalyse, dass eben die Mannschaft in der Sprunghöhe extrem schlecht ist, also dass wir keine kopfballstarke Mannschaft haben und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wenn die so schlecht ist, also hier sehen wir auch, dass wir eben die schlechteste Mannschaft sind, was Sprunghöhe angeht, dass wir da auf jeden Fall mal gucken, wie sieht es denn bei den Innenverteidigern aus, mit Koulibaly und Manolas haben wir da schon kopfballstarke Innenverteidiger, von daher sind wir zumindest mal in der Verteidigung da recht sicher, aber für das Offensivspiel könnte man sich dann überlegen, vielleicht noch einen Mittelfeldspieler zu holen, der recht groß ist, der dann später immer wieder wieder in die Box geht, um ab und zu auch mal Kopfballduelle da zu gewinnen und vielleicht mal Tor zu schießen oder man sagt direkt, okay, das ist eine Schwäche von uns, wir spielen einfach flachen Fußball und werden dann eben probieren, dass der Ball gar nicht in die Luft rein kommt. Und wir gehen dann hier nochmal auf die Felder, sodass wir eben nur die Verteidiger drin haben und dann sehen wir hier, und das ist dann eben das Wichtige, dass wir dann eben bei der Sprunghöhe schon mal etwas besser sind, das ist immer noch unterdurchschnittlich, aber sind zumindest mal nicht die schlechteste Verteidigung, was Kopfballtechnik und Kopfball- oder Sprunghöhe angeht und da ist es auf jeden Fall schon mal wichtig, dass wir hier dann nicht noch schlechter sind, das ist immer noch nicht optimal, aber wie gesagt, das ist in Ordnung. Und so gehen wir dann die einzelnen Felder eben durch und finden dann eben heraus, was die Stärken und Schwächen der Mannschaft sind und die schreiben wir uns alle auf und das hilft uns am Ende auf jeden Fall, die Taktik zu erstellen. Nachdem wir uns die Stärken und Schwächen aufgeschrieben haben, müssen wir eigentlich schon im Kopf etwa haben, was für ein Fußball wir spielen wollen und dafür gehen wir dann eben auf den Taktikreiter und wer jetzt von euch neu im FM gestartet ist, dem empfehle ich auf jeden Fall nach den Gedanken, die er jetzt hat, hier eine Taktik auszusuchen und die auch so zu nutzen und dann sich nach und nach in die taktischen Sachen reinzuarbeiten, die Profis unter euch können auch direkt eine eigene Taktik erstellen, das macht mir auch meistens immer selber Spaß, einen eigenen Stil zu kreieren, aber vor allem für die, die neu dabei sind, ganz, ganz wichtig. Ich habe auch gedacht, als ich den FM bekommen habe, ich mache direkt eine eigene Taktik, ich kriege das hin, nein, nein, habe ich nicht hinbekommen. Ich habe erstmal jedes Spiel verloren mit Kajas Lautern, die damals in der dritten Liga eigentlich schon Ausstiegsaspirant waren und ich habe, glaube ich, acht, neun Spiele in Folge verloren und war letzter in der Tabelle natürlich. In den Testspielen war es sogar noch okay und das müsst ihr euch auch merken, die Testspiele, die Ergebnisse, die sind am Ende nicht so wichtig. Wichtiger ist am Ende, dass eure Taktik funktioniert, so wie ihr euch das vorstellt. Also schaut euch dann auch die Spiele mal ein bisschen genauer an und schaut nicht nur auf das Ergebnis, denn am Ende war es bei mir auch so, die Testspiele waren gut vom Ergebnis her, aber die Taktik hat wohl doch nicht funktioniert, denn in der Liga hat es halt eben nicht geklappt. Hier sehen wir jetzt auch, und das ist neu beim FM, seit der FM 21 draußen ist, dass wir hier schon mal sehen, okay, welche Sachen könnte die Mannschaft denn wirklich gut, dass wir hier schon mal eine Empfehlung bekommen, zum Beispiel Ballbesitz, Fußball oder dynamisches Konter. Tatsächlich auch Catenacho, was aber zum SSC-A-Bild eigentlich gar nicht passt und was wir jetzt machen, ist hier einfach Gegenpressing, weil Gegenpressing passt eigentlich auch sehr, sehr gut. Wir haben eine schnelle Mannschaft, wir haben eine Mannschaft, die eine große Ausdauer hat. Wenn ihr euch hier für eine Taktik dann entschieden habt, könnt ihr euch auch hinterher dann nochmal die wichtigen Attribute dafür anschauen, zum Beispiel spielt ihr bei einem Ballbesitz, Fußball, Tiki-Taka-Fußball, dann guckt ihr, ob die Spieler auch alle wirklich passstark sind. Hier beim Gegenpressing müsst ihr euch die Spieler angucken, ob die physisch starke Werte haben und dementsprechend könnt ihr hier dann eben eure Taktik einstellen, dann habt ihr hier die Formation, ich habe das gar nicht geguckt, ich glaube, wurde uns jetzt hier eine Formation direkt vorgeschlagen oder haben wir da zufällig eine geholt? Wir gehen mal nochmal kurz drauf, Gegenpressing, Ah ja, okay, hier kann man dann eine Formation noch auswählen, ich weiß gar nicht, warum bei uns jetzt waren wir jetzt direkt da, warum wir da jetzt direkt irgendeine Taktik geholt haben. Auf jeden Fall sieht man dann hier, welche Formationen für die Taktik empfehlenswert sind, ihr könnt aber auch jede andere Taktik nutzen, ihr könnt auch einfach hier die Taktik so übernehmen und dann später trotzdem sagen, okay, ich will jetzt hier ohne Stürmer spielen, was man theoretisch auch machen kann oder hier in so einem 4-3-3-System, also ihr habt da alle Möglichkeiten, eure Taktik so zu gestalten, wie ihr es wollt. Wichtig ist, dass es am Ende Sinn macht, wenn ihr zum Beispiel ein Flügelspiel spielt, das ist ja auch eine Taktik, die es hier gibt, dann macht es natürlich keinen Sinn, in einer engen Raute zu spielen, ohne Flügelspieler. Also das ist, was, also es muss auch alles irgendwie Sinn ergeben, was ihr hier eben am Ende einstellt und dann könnt ihr eure Spieler hier eben so, wie ihr sie braucht, einstellen. Ich werde aber zum Taktikpunkt sowieso einmal nochmal ein extra Video machen, dass wir das Ganze dann detailliert machen. Heute soll es nur mal einen Überblick geben, eben was am ersten Tag wichtig ist, um euch so eine kleine Hilfe zu geben für den ersten Tag und deshalb beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem nächsten Thema. Nach den Spielern sind die Mitarbeiter auf jeden Fall die wichtigsten Personen im Team und ihr habt hier einmal einen Überblick von den Mitarbeitern, die ihr eben habt und ihr seht hier einmal, wie viele Personen ihr hier maximal, zum Beispiel jetzt im Trainerstab, haben dürft. Ihr seht hier, wir haben sechs von neun Trainern im Trainerstab, dementsprechend können wir noch drei Trainer verpflichten und das sind alles Sachen, die ihr auf jeden Fall hier am ersten Tag direkt machen solltet, denn desto mehr Trainer ihr hier im Trainerstab habt, desto besser trainiert ihr ja am Ende auch und desto mehr Gegneranalysten ihr habt, desto besser wird der Gegner eben für die Spiele analysiert, desto mehr Scouts ihr habt, desto mehr Spieler werden gescoutet und das ist ein Punkt, hier solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr ab dem ersten Tag das Scouting-Netzwerk so hoch wie möglich setzt, weil ihr vor allem, wenn ihr den FM startet, neu startet, habt ihr noch kaum Spieler gescoutet, dementsprechend ist die erste Transferphase eigentlich die schwierigste, wo man eigentlich am wenigsten, ja, gute Spieler verpflichten kann, hier beim SCNAPE sind wir jetzt bei einer Top-Mannschaft, einer Top-Liga, wo wir auch viele Spieler selber kennen, dementsprechend kann man auch besser Spieler finden, aber wenn ihr jetzt mal mit einer Regionalliga-Mannschaft oder so spielt, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr auch die Spieler, die da sind, eben nicht kennt oder wenn ihr mal in einer ausländischen Liga seid, wie zum Beispiel in Dänemark, kennt ihr auch nicht unbedingt die Spieler, die ihr da eben zur Verfügung habt oder die ihr da verpflichten könnt und da ist es dann wichtig, da so früh wie möglich gut scoutet und eben ein paar Spieler auf der Pipeline habt und am Ende dann auch noch Spieler in der ersten Saison verpflichten könnt. Medizinische Abteilung, wie gesagt, oder wie alle Bereiche hier, probiert ihr einfach so voll wie möglich direkt zu bekommen, wenn ihr einen Verein habt, noch einen Amateurverein habt, dann solltet ihr auch ein bisschen aufpassen, dass ihr hier vielleicht nicht unbedingt alle Punkte voll macht, denn da habt ihr manchmal Personal wie ein Sportdirektor, den braucht ihr vielleicht da nicht unbedingt, der wäre dann auch viel zu teuer und das ist das Problem da, dass ihr eben da mit manchen Personalien viel Geld sparen könnt, von daher bei einem kleineren Verein natürlich nur die notwendigsten Personalien verpflichten, aber hier bei einer Erstliga-Mannschaft könnt ihr ruhig alles voll hauen. Wie verpflichtet ihr Personal? Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal könnt ihr eine Anzeige aufgeben und dann bewerben sich Personen auf die Stelle eben und die viel bessere Möglichkeit ist, hier auf Personalsuche zu gehen und die Leute selber aktiv zu suchen, denn dann könnt ihr eben selber nach den Fähigkeiten eurer Personal rausfiltern und wir gehen jetzt mal hier als Beispiel auf die Transferabteilung und suchen zum Beispiel mal einen Scout. Hier werden uns erstmal die Scouts angezeigt, wir wollen aber auch die Scouts oder die das Personal finden, was auch wirklich gut ist. Dementsprechend gehen wir hier auf Rollen, Scout und dann haben wir hier die Punkte hervorgehoben, die eben ein Scout auch braucht. Ich mache die Anpassungsfähigkeiten bei den Scouts immer erstmal weg, weil das für mich kein primärer Attribut ist und dann lassen wir hier alles mal auf mindestens 15. Je nachdem, wie gut der Verein ist, in dem ihr eben trainiert, müsst ihr das runter- oder hochschrauben und ihr seht jetzt zum Beispiel hier bei 15, wir sind ja bei Neapel, bei einem Top-Club, da sind ganz, ganz viele Spieler oder Personal zur Auswahl. Dementsprechend können wir hier auch sagen, okay, wir gehen mal auf 17 hoch, um wirklich die besten Scouts, die es gibt hier im Überblick zu haben. Bei den Scouts ist es wichtig, dass ihr hier auch dann bei den Scouts einmal guckt, ja, in welcher Nation oder wo hat er eben, wo kennt er sich aus, in welcher Nation und wo kann er eben scouten. Dementsprechend solltet ihr hier einmal Personal holen, die am besten schon ein paar Nationen scouten können, die also hier ein bisschen mehr Scouting-Kenntnis haben. Damit risergiert gar keine Scouting-Kenntnisse, das ist natürlich gar nicht gut. Aber vielleicht finden wir ja hier einer, der ein paar Nationen hat. Ne, die haben hier fast alle nur eine Nation. Das ist natürlich nicht optimal. Wie gesagt, am besten ist, wenn die ein paar Nationen hier haben und ihr solltet auf jeden Fall gucken, wenn ihr hier auf Scouting geht und auf Kenntnisse, dass ihr hier dann Nationen findet, die ihr noch nicht eben gut gescoutet habt. Und wir sehen hier außer Italien, sieht es dann tatsächlich ein bisschen mau aus. Wir haben hier auf jeden Fall noch einige Nationen, die man scouten kann und dementsprechend probieren wir da die verschiedenen Nationen mit drin zu haben, dass wir eben ein breit gestreutes Scouting-Netzwerk haben. Nachdem wir jedem Mitarbeiter dann schon ein Angebot gemacht haben und dann hoffentlich bald hier die Listen komplett voll haben, gucken wir uns einmal die Mitarbeiteraufgaben an. Und zwar können wir jetzt hier nochmal entscheiden, was die Mitarbeiter auch machen sollen und was wir selber machen können. Und da gehen wir dann einmal hier die Punkte komplett durch und überlegen uns, was wollen wir selber machen und was wollen wir den Co-Trainern oder den Mitarbeitern eben überlassen. Zum Beispiel das Training, da kann man sagen, okay, das macht man selber oder lässt es den Co-Trainer machen. Das lasse ich immer den Co-Trainer machen. Da bin ich ab und zu ein paar Feinarbeiten am Machen, da ist so ein bisschen da reingredigt. Aber insgesamt lasse ich den Co-Trainer machen. Die individuelle Trainingseinheiten, die mache ich meistens selber, um einfach vor allem für Talente, um die einfach da zu fördern, wo ich sie brauche. Und die Talente eben, dass das eben die Spielertypen werden, die ich auch brauche. Wenn wir zum Beispiel da einen Außenverteidiger haben, der eigentlich besser ein Innenverteidiger wäre, dann will ich den auch als Innenverteidiger umschulen und dann will ich den auch eben die Punkte fördern lassen, die er am Ende braucht. Und das müsst ihr dann selber für euch entscheiden, was ihr eben gerne macht und was nicht. Zum Beispiel auch hier Punkt Medien, da gehe ich immer hin und mache einmal Delegieren, 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 weil ich mag mit den, ja, mit den Reportern sprechen. Ich habe keine Lust auf Pressekonferenzen und Sonstiges. Das, ja, macht mir einfach keinen Spaß. Das dauert mir zu lange. Es ist mir zu langweilig, das Ganze durchzulesen und so weiter und so fort. Dementsprechend darf ich das alles den Co-Trainer machen und so könnt ihr euch dann eben da durchklicken. Zum Beispiel finde ich wichtig, aber hier beim Scouting, das ist nämlich meistens immer so eingestellt, dass der Sportdirektor das macht und entscheidet, was wir scouten. Nein, das will auf jeden Fall ich machen. Und dementsprechend gehe ich hier auf übernehmen und weise selber die Scouts zu. Haben wir das jetzt richtig gemacht? Ne? So, jetzt ist es richtig. Also jetzt, ja, weisen wir die Scouts zu. Dementsprechend können wir hier auch unsere Scouting-Aufträge machen und das macht nicht der Co-Trainer. Und das ist auf jeden Fall was, was wir selber auch machen wollen. Jetzt, wo wir schon mal im Scouting-Bereich sind, können wir uns auch mit dem Scouting beschäftigen. Und zwar haben wir uns ja eben einmal den Kader angeschaut. Wir haben uns alles ganz genau angeschaut und wir müssten jetzt eigentlich auch wissen, welche Spieler wir zur Verfügung haben und vor allem auch, welche Spieler wir noch brauchen. Wo haben wir eine Schwachstelle, was uns auf jeden Fall aufgefallen ist. Wir bräuchten vor allem noch einen Innenverteidiger. Da haben wir nur mit Koulibaly und Manulas zwei richtig starke Innenverteidiger. Da wäre es nicht verkehrt, noch einen Innenverteidiger zu verpflichten. Und dann können wir zum Beispiel entweder hier einen Scouting-Auftrag erstellen für eben einen neuen Innenverteidiger. Können dann hier zum Beispiel noch sagen, wir wollen einen Stammspieler verpflichten. Aber wie das Ganze hier ganz genau geht, das werden wir auch noch mal in einem extra Video bearbeiten. Auf jeden Fall können wir dann hier zum Beispiel noch mal einen Innenverteidiger verpflichten beziehungsweise scouten. Man kann hier auch neben einem Scouting-Auftrag meistens ist mir dann lieber selber mal zu gucken. Dafür geht man dann hier auf Spielersuche. Und dann kann man hier auch noch mal in der Suche all das, was man braucht, einstellen. Zum Beispiel sagt man jetzt hier einen Innenverteidiger, der vielleicht nur noch eine gewisse Vertragslaufzeit hat, der vielleicht gelistet ist, wo wir dann vielleicht noch einen günstigen Spieler bekommen können. Und so können wir dann so ein bisschen uns hier durchsuchen und finden dann vielleicht noch den Gebrauchten, den Innenverteidiger selber. Natürlich gehen wir dann hier auf jeden Spieler drauf und scouten, denn wir verpflichten keinen Spieler blind. Und so können wir dann eben auch noch mal selber die Spieler aktiv suchen, die wir brauchen. Ansonsten würde ich hier auf jeden Fall noch Scouting-Aufträge generell erstellen. Was mir immer wichtig ist, ich mache immer einen Scouting-Auftrag, den ich einmal laufend komplett laufen lasse. Weil hier habt ihr einmal die Scouting-Dauer und da könnt ihr sagen laufen, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Scouting-Feld, was durchgehend gemacht wird. Und hier mache ich dann immer oben einfach nur auf Vertragsende und dann werden einfach die Spieler gescoutet, die eben jetzt kurz vor Vertragsende stehen. Und dann können wir hier eben nämlich noch ablösefreie Spieler finden und die auch am Ende verpflichten. Dementsprechend lasse ich das immer laufen, dass wir da immer die Möglichkeit haben, noch Spieler kostenlos zu bekommen. Ja, das waren jetzt die Tipps von mir, die man am ersten Tag einmal durchgehen sollte. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was noch wichtig ist. Was sollte man noch am ersten Tag machen? Was sollte man noch zum Start eines neuen Spielstands machen? Vielleicht habe ich mir auch irgendwas vergessen. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ansonsten würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und denkt dran, den Twitch-Kanal zu abonnieren, um bei den Livestreams dabei zu sein. Und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.